Landwirt Praxisvideo Unfälle bei der Waldarbeit sind keine Seltenheit. Jeder weiß, wie wichtig es ist, Helm und Schnittschutzhose zu tragen, aber kaum einer war bei einem Unfall dabei. Die forstliche Ausbildungsstätte Ossiach hat Vorrichtungen gebaut, die zeigen, was passiert, wenn es passiert. Gemeinsam mit Johannes Kröpfel von der Sozialversicherungsanstalt der Bauern machen wir jetzt einen Rundgang. Hannes, hinter uns wird schon die erste Station aufgebaut. Was werden wir jetzt sehen? Wir kommen zum Spannungssimulator. Mit diesem Gerät können wir Situationen, wie sie bei Windwürfen und Schneebruchauferweiterungen vorkommen, nachstellen. Wir können da aber aus sicherem Stand heraus die gefährlichen Schnitte üben. Als erstes werden die Schmälerungsschnitte gemacht auf der Druckseite, das ist die Innenseite der Kurve. Und dann wird der Stamm von der Außenseite fertig geschnitten. Da wird es dann auch richtig hörbar sein, wenn diese letzten Fasern im Stamm brechen. Wir sind jetzt schon bei der nächsten Station. Hinter uns steht ein Traktor mit einer Forstwinde. Was werden wir jetzt sehen? Wir sehen jetzt die häufigste Situation, die bei der Waldarbeit zum Rücken des Volzes eingesetzt wird, nämlich Traktor- und Seilwinde. Und da gibt es bestimmte Sicherheitsabstände einzuhalten. Und wir haben hier eine besonders gefährliche Situation aufgebaut, nämlich den Einsatz einer Umlenkrolle. Denn da sind die Gefahrenbereiche, die zu meiden sind, noch einmal größer. Das Problem mit der Umlenkrolle ist das Anhängemittel. Das haben wir jetzt bewusst manipuliert, sodass wir eine Sollbruchstelle haben. Und wir werden dann sehen, wie sich dann die Umlenkrolle unter Seil spannen wird. Und mit einer Energie von rund zwei bis drei Tonnen wird dann die zehn Kilo schwere Umlenkrolle in den Gefahrenbereich hineingeschleudert. Und da haben wir eine Puppe hineingestellt. Und was mit der passiert, das schauen wir uns am besten an. Wow, das war jetzt aber spektakulär. Hannes, auf was muss man jetzt wirklich aufpassen, wenn man arbeitet mit Seilwinde und Umlenkholen? Ja, unbedingt, dass sämtliche Gefahrenbereiche gemieden werdende Sicherheitsabstände müssen unbedingt eingehalten werden. Und man darf ja nicht an Ketten, Seilen, Anschlagmitteln manipulieren, sodass man Sollbruchstellen zusammenkriegt. Für die nächste Station haben wir auch Schnittschutzhosen vorbereitet. Das gehört doch schon zur Standardausrüstung von einem Forstarbeiter. Das gehört zur Standardausrüstung, wird aber leider Gottes immer noch viel zu wenig verwendet. Aber wie so eine Schnittschutzhose wirkt, das sehen wir jetzt dann gleich. Damit kann man nämlich gefährlichste Schnittverletzungen im Bereich der Beine verhindern. Die Faser, die in dieser Schnittschutzhose eingebaut ist, hat die laufende Kette herausgezogen und so um das Antriebsritzel der Kette herumgewickelt, dass die Kette dadurch stecken bleibt. Und wir sehen hier, dass zwar noch ein paar Lagen von diesem Schnittschutz ganz geblieben sind, aber, und jetzt kommt es, wenn man einmal so hineingeschnitten hat, dann ist die Wirksamkeit vom Schnittschutz weg und die Hose gehört ausgetauscht. Ich sehe doch schon, die nächste Station ist im Anrollen. Um was wird es da jetzt gehen? Ja, da sehen wir jetzt an das Kickback oder den Motorsägenrückschlag. Das heißt, wenn ich zu schneiden beginne, und es gibt praktische Situationen bei der Waldarbeit, wo ich mit der Schwertspitze zu schneiden beginnen muss. Wenn ich das mit dem oberen Teil der Schwertspitze mache, kommt als erstes der Tiefenbegrenzer zum Holz. Der hat keine Schneide drauf und der bewirkt, dass die Säge nach oben hinweg geschleudert wird. Deswegen, bei dieser Schneidetechnik immer mit dem unteren Teil der Schwertspitze zu schneiden beginnen, dann ist als erstes der Schneidezahn beim Holz und der verhindert, dass es zum Rückschlag der Motorsäge kommt. Hannes, da liegt ein Krautkopf am Stock. Was hat jetzt das mit Waldarbeit zu tun? Ja, damit möchte man zeigen, wie wichtig das ist, den Kopf zu schützen. Man möchte nämlich gar nicht glauben, welche Energie so ein fallender Baumteil, ein Ast, der herunterbricht, entwickeln kann, wenn er am Kopf aufkommt. Und deswegen bei der Waldarbeit niemals ohne. Ja, das war ein zwei Kilo schwerer Ast, der aus einer Höhe von fünf Meter runtergefallen ist und der entwickelt am Auftreffpunkt eine Energie von 500 Kilo. Das ist ungefähr so, als wenn ein kleines Auto über den Kopf drüber fährt. Das sieht man jetzt aber schön, was da passiert, wenn man keinen Helm auf hat. Ja, Karin, schau dir das an. Das war der Kopf gewesen. Was hast jetzt du da für ein Gerät in der Hand? Ja, das ist eine Motorsense und die lässt sich mit einem Formel 1 Wagen vergleichen. Wenn ich nämlich an der Spitze dieses Messers sitze und mit dem Kreis fahre, dann habe ich eine Geschwindigkeit von 550 kmh. Das heißt, wenn ich da jetzt zu einem Malwurfhügel komme, wo kleine Steine drinnen sind, dann werden die mit so einer Geschwindigkeit weggeschleudert. Deswegen ist der Gefahrenbereich von 15 Meter zu weiteren Personen absolut notwendig. Und der Christian hat jetzt da hinten Hackschnitzel aufgeschüttet. Was werden wir jetzt sehen? Mit diesen Hackschnitzeln kann man perfekt demonstrieren, wie weit die weggeschleudert werden. Besonderer Bedeutung kommt dem Schutz der Augen zu. Ein Visier des Schutzhelmes ersetzt die Schutzbrille nicht. Danke für die eindrucksvollen Demonstrationen. Mir hat der heutige Tag gezeigt, dass es neben der persönlichen Schutzausrüstung wie Helm und Schnittschutzhose ganz wichtig ist, zu wissen, was man tut. Nützen Sie daher die Angebote der forstlichen Aus- und Weiterbildung und nehmen Sie Sicherheitshinweise ernst. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg und eine unfallfreie Waldarbeit. Amen. 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 Amen.